Hallo, mein Name ist Oliver Bayer und der öffentliche Personenverkehr ist mein Hauptthema im Landtag NRW. Der ÖPNV steht für mich im Mittelpunkt der Verkehrspolitik. Verkehr wird sich ändern, so wie sich mit Internet und Mobilfunk auch die Kommunikation verändert hat. Die Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur ist ein großes Thema, auch in den nächsten Jahren. Wir möchten die Finanzierung des ÖPNV nach vorne bringen und in den Mittelpunkt einer Enquete-Kommission im Landtag NRW stellen. Eine Enquete-Kommission bietet sich immer dann an, wenn man ein Thema dauerhaft und langfristig behandeln möchte, wenn man fraktionsübergreifend nach Lösungen suchen möchte. Wir im Landtag wollen Klimaschutz, Umweltschutz, Teilhabe und wir wollen verantwortungsvoll mit unserer Infrastruktur umgehen. Wir wollen einen starken ÖPNV und mit der Enquete-Kommission holen wir den ÖPNV zurück in den Landtag.